Hallo und herzlich willkommen zu unserem Webinar Planung in Betriebnahme und Betrieb von Gebäudenetzen. Wir freuen uns sehr, Sie wieder hier begrüßen zu können. Das Thema Fernwerben ist in aller Munde und wir freuen uns sehr darüber, dass wir uns mit Ihnen wieder mit unseren Experten über dieses Thema austauschen können. Wir haben ja auch in den letzten Webinaren gemerkt, dass es bei euch definitiv auf Zuspruch und Interesse fällt. Und deswegen freuen wir uns heute, dieses Webinar mit euch durchführen zu können. Genau. Die Fragen, wenn ihr generell irgendwelche Fragen habt, die werden im Chat gesammelt. Also bitte dort einfach reinschreiben und am Ende werde ich die dann unserem Referenten nochmal stellen. Und dann werden wir sie gemeinsam beantworten. Und in diesem Sinne würde ich auch direkt an unseren Referenten Herrn Lutz Birnig übergeben und starten. Ja, Dankeschön, Senja. Herzlich willkommen von meiner Seite zu unserem heutigen Webinar. Da grob gesagt eine Verbindung mit dem Thema Fernwärme hat, aber heute geht es insbesondere um das Thema Gebäudenetze. Und wir werden eine Menge darüber lernen in den Gebäudenetzen. Was ist gleich? Was ist anders zum Energieträger Fernwärme und zu Wärmenetzen? Kurz, die mich noch nicht kennen zu meiner Person. Ich bin im Hause JADOS für das Produktmanagement zuständig und führe das seit mehreren Jahren, war vorher unterwegs in der Planung. Bin auch im Normungsausschuss für die Fernwärmesicherheitsnorm 4747 in der AGB aktiv und habe noch andere Berührungspunkte in der Heizungstechnikbranche. Ja, die JADOS GmbH kennen viele sehr gut, die sie nicht kennen, können uns natürlich auf der Website oder auf YouTube kennenlernen. Deshalb hier nochmal der Link direkt auf unseren YouTube-Kanal. Was gibt es Neues bei der JADOS GmbH? Sie sehen hier das vorhandene Werk und aktuell bauen wir neu. Wir bauen ein neues Werk für die Herstellung von Elektroschaltschränken und standardisierten Wärmeübergabestationen und eine Werkserweiterung für die objektbezogenen geschweißten Wärmeübergabestationen. Warum tun wir das? Wir wissen alle, das Thema Fernwärme, der Energieträger Fernwärme, die neuen Wärmenetze werden immer wichtiger. Und ab 2026 greift in Deutschland die kommunale Wärmeplanung bei allen Städten größer 100.000 Einwohner, später dann größer 10.000 Einwohner. Und dort wird es zu einem erheblichen Anstieg der Anschlüsse an Wärmenetze oder in Ausbau und Erweiterung der vorhandenen Wärmenetze geben. Wir bereiten uns hier damit auf einen höheren Auftragseingang und damit eine höhere Herstellmenge von Wärmeübergabestationen dafür vor. Ende 2025 sind wir dann mit dem Umzug in die verschiedenen Fertigungsstätten für diesen neuen Markt aufgestellt. Ja, was möchten wir heute durchgehen? Es geht erstmal darum, dass ich kurz erklären möchte, was ist der Unterschied, was das verbindet zwischen Gebäudenetzen und Wärmenetzen. Wie planen wir Gebäudenetze? Was sind Gebäudenetze, die als sekundären Netz an ein Wärmenetz angeschlossen sind? Was sind Gebäudenetze mit einer eigenen Energiezentrale bzw. Heizzentrale? Und wann macht es Sinn, die Sektorenkopplung auch in Gebäudenetzen sehr dezentral einzusetzen, also Strom und Wärme miteinander zu verbinden, eventuell auch Mieterstrommodelle? Dann natürlich die Inbetriebnahme, der Betrieb der Gebäudenetze und zum Schluss die Fragen, die Sie jetzt gerne schon im Chat stellen können. Ja, ein Gebäudenetz. Was ist der Unterschied? Ein Gebäudenetz ist ein nicht-öffentliches Netz, also eine Eigenversorgung von mindestens zwei Gebäuden auf einem Grundstück oder mehreren Gebäuden von einem Eigentümer. In der Regel wird der Eigentümer eine Wohnungswirtschaft sein, also eine juristische Person, die Wohngebäude hat oder auch eventuell kann es sein, eine juristische Person, die mehrere Nicht-Wohngebäude hat, auf einem Gelände. Dafür sind Gebäudenetze vorgesehen. Es ist aber begrenzt bei einer Anzahl von maximal 16 Gebäuden und maximal 100 Wohneinheiten. Und hier haben wir schon die erste Übereinstimmung des Gebäudenetzes mit der Kundenanlage für das Mieterstrommodell. Das sind nämlich die 100 Wohneinheiten. Ich glaube, das ist kein Zufall, dass der Gesetzgeber hier ähnliche Grenzen gesetzt hat. Die klassische Fernwärme mit den Fernwärmenetzen ist im GEG auf Wärmenetze geändert worden. Also das Fernwärmenetz heißt jetzt Wärmenetz laut GEG, ist ein öffentliches Netz und ist der Verkauf an Dritte. Also der Energieträger Fernwärme wird genauso von einem Energieversorgungsunternehmen an Dritte verkauft, ähnlich wie Strom oder Erdgas. Ich habe Ihnen hier unten noch mal einen Link eingefügt auf die Begriffe des Verbandes für die Fernwärme der Arbeitsgemeinschaft Fernwärme in Deutschland. Ja, ein Wärmenetz hat als Energieträger die Fernwärme. Die Fernwärme wiederum hat als Primärenergie häufig Erdgas, Kohle aus der Kraft-Wärme-Kopplung oder Biomasse. In Einzelfällen auch monovalente Heizöl- oder Erdgassysteme, die natürlich in der Zukunft über den Transformationsplan umgerüstet werden müssen. Ein Fernwärmenetz hat als Heizwasser das Kreislaufwasser gemäß AGFW Arbeitsblatt 510 und die sicherheitstechnische Ausstattung erfolgt nach der DIN 4747. Die Förderung der Transformation der Wärmenetze wird im BEW geregelt, kann dort beantragt werden. Das ist auch ein gravierender Unterschied zu den Gebäudenetzen, weil Gebäudenetze können an ein Fernwärmenetz angeschlossen werden oder haben eigene Energieträger. Sprich, ich kann mit Wärmepumpen arbeiten, ich kann mit Biomasse arbeiten, ich kann mit Kombinationen aus 65% erneuerbar plus Erdgas-Hybridsystem arbeiten, ähnliches. Das Heizwasser in dem Gebäudenetz muss nicht nach AGFW-Regelwerk aufbereitet werden. Es reicht hier aus, beziehungsweise es ist ein ähnliches Niveau, das Gebäudenetz nach VDI 2035, das Heizwasser zu befüllen und zu betreiben. Die sicherheitstechnische Ausstattung erfolgt nach der DIN 4747, wenn das Gebäudenetz an die Fernwärme angeschlossen ist, also damit ein Sekundärnetz darstellt. Wenn wir allerdings eine eigene Energiezentrale haben, ist die sicherheitstechnische Auslegung nach der DIN N12828 zu planen. Die Förderung der Gebäudenetz wiederum ist im BG geregelt. Das heißt, die Möglichkeit, komplette Gebäudenetze zu fördern, was wird gefördert, wie wird gefördert, das alles ist im BG geregelt und muss dort über das BG beantragt werden. Ich habe noch mal, bevor es losgeht mit den Gebäudenetzen, eine Einteilung der Wärmenetze allgemein gemacht. Wenn wir von der klassischen Fernwärme sprechen, dann reden wir über Wärmenetze, die heute noch Temperaturniveaus im Sommer von 70 Grad haben, im Winter in der Regel nach Außentemperatur geführter Kennlinie auf 110 Grad, auf 130 Grad gefahren werden. Es gibt immer noch Netze, die haben Temperaturniveau von 180 Grad direkt nach den Kraftwerken. Das wird sich die nächsten Jahre verringern, aber die gibt es. Fernwärmenetze gibt es in allen möglichen Druckstufen. Es gibt auch noch ein, zwei Premiernetze in Deutschland, PN 40, in der Regel maximal PN 25. Und viele Sekundärnetze mittlerweile auch in PN 6 oder PN 10. Wir nutzen generell bei den Wärmenetzen aus dem Energieträger Fernwärme sowohl bei der Raumheizung als auch beim Trinkwasser die Exergie. Sprich, das Temperaturniveau der Fernwärme ist in der Regel mindestens 5 Kelvin über den notwendigen Temperaturniveau. Und deshalb 65 Grad, mit 65 Grad Fernheizwasser kann ich 60 Grad Trinkwasser, was in Deutschland notwendig ist, bei nicht gewerblicher Nutzung in Großanlagen, Entschuldigung, bei gewerblicher Nutzung in Großanlagen erzeugen. Warum habe ich jetzt hier in Klammern nochmal grau die 55 Grad hinterlegt? Bei dezentralen Trinkwasserwärmen im Durchfluss reichen 50 Grad aus, wenn ich die 3-Liter-Regel einhalte. Dann kann ich auch über Exergie mit 55 Grad das Trinkwasser erwärmen. Zum Beispiel Geothermienetze der Stadtwerke München machen das jetzt schon so. Dann haben wir die sogenannten Low-Ex-Wärmenetze. Das sind also Mitteltemperaturnetze, die sich zwischen 35 und 50 Grad bewegen. Diese haben dann in der Regel eine geringere Struckstufe. Selten PN16, eher PN6, PN10. Hier nutzen wir für die Raumheizung die Exergie. Die bedeutet natürlich, dass die Wärmeübergabe in den Räumen dann entsprechend für diese Temperaturniveaus aufgerüstet wird oder saniert wird oder im Neubau errichtet wird. Die Trinkwasserwärmung ist dann nicht direkt möglich, sondern wir müssen auch die Energie nutzen. Das heißt, wir bauen dezentral eine Wärmepumpe im Gebäude ein. Diese Wärmepumpe erhöht das Temperaturniveau in der Regel dann auf 70 Grad und aus 70 Grad Wasser dann das entsprechende Trinkwärmwasser mit 60 Grad zu machen. Auch hier wiederum in Klammern, wenn wir dezentral Trinkwasserwärmung im Durchstoß einsetzen, ist das Temperaturniveau die Exergiegänze eine andere als mit dezentralen Trinkwasserwärmung. Dann haben wir sogenannte kalte Wärmenetze. Das heißt, wir haben ein Temperaturniveau, was maximal 25 Grad hat, gerne auch kalte Nahwärme genannt in Deutschland. In der Regel haben wir hier noch geringe Druckstufen, maximal 10 Bar. Diese Netze können sogar in der Sohle bis ins Minustemperaturniveau gehen. Hier nutzen wir für die Raumheizung und für die Trinkwasserwärmung die Energie. Das heißt, wir brauchen im Gebäude eine Wärmepumpe, um sowohl Raumheizung als auch Trinkwasserwärmung generieren zu können. Deshalb heißen diese Netze in der Schweiz auch Energienetze. Also da gibt es sehr viele Begriffe, ähnlich wie Wärmenetze mal Fernwärmenetze mal Nahwärmenetze genannt werden. Es ist nach GEG ein Wärmenetz. Also nochmal wichtig, die Einteilung der verschiedenen Temperaturniveaus, dass man von daher das ein bisschen auseinanderhalten kann. Und da von diesen drei Arten gibt es jetzt natürlich auch Gebäudenetze. Aber warum? Welche Motivation haben wir überhaupt, ein Gebäudenetz zu realisieren? Was wir gerade merken, ist, dass viele Gebäude sich gern an die Fernwärme anschließen wollen, aber die Fernwärmetrasse nicht an bestimmten Gebäuden verbauen geht. Die Wohnungswirtschaft hat aber auf einem Grundstück mehrere Gebäude und kann von dem Gebäude 1 die anderen Gebäude versorgen. Jetzt macht natürlich ein Gebäudenetz Sinn. Das werde ich heute vorstellen, was dann als Sekundärnetz, als Gebäudenetz andere Gebäude mit indirekt Fernwärme versorgt. Dann gibt es den Fall, dass wir zum Beispiel Hackhut als Energieträger haben und mehrere dezentrale Hackhutheizzentralen in der Regel wesentlich höhere Investitions- und Betriebskosten haben pro Kilowatt Leistung, als wenn ich eine zentrale Erzeugungsanlage mache. Hier macht es auch Sinn, mehrere Gebäude zusammenzufassen, eine größere Heizzentrale zu realisieren und dann über ein Gebäudenetz die Gebäude zu versorgen. Des Weiteren ist es so, dass es mittlerweile Sanierungslösungen gibt mit Wärmepumpen, die einen sehr großen Platzbedarf haben. Das heißt, wir gehen ja häufig mit den Wärmepumpen schon aufs Dach, aber wir gehen teilweise mit den Wärmepumpen dezentral neben die Gebäude. Das heißt, wir errichten neben dem Gebäude ein zweites Gebäude, eine Containerlösung oder eine Betongaragenlösung, wo wir diese Wärmepumpen aufstellen. Hier ist es dann natürlich sinnvoll zu sagen, wenn ich zwei, drei, vier oder fünf Gebäude habe, diese eine Heizzentrale größer zu realisieren und dann mehrere Gebäude zu versorgen, also hier auch wieder mit einem Gebäudenetz zu arbeiten. Und schlussendlich macht das Ganze natürlich Sinn, wenn ich im Mieterstrommodell mehrere Gebäude zusammenfasse, also eine Stromkundenanlage für mehrere Gebäude errichte, dann kann ich die Sektorenkopplung, sprich die Kopplung meines Strom- und meines Wärmenetzes, viel günstiger realisieren, wenn ich noch parallel zu dieser Stromkundenanlage ein Gebäudenetz aufbaue. Das ist ja auch im Großen und Ganzen der Quartiersgedanke, wobei ein Quartier sehr häufig dann schon über diese 100 BE oder 16 Gebäude hinausgeht. Ja, wenn wir jetzt so ein Gebäudenetz planen, dann gibt es die erste Variante, die ich schon vorgestellt habe. Wir schließen dieses Gebäudenetz ein vorhandenes Wärmenetz mit dem Energieträger Fernwärme an. Das möchte ich Ihnen als erstes vorstellen, die anderen Varianten im Nachgang. Und jetzt müssen wir, wenn wir diese Fernwärme anschließen, dieses Gebäudenetz mit einer sogenannten Unterstation an das Fernwärmenetz anschließen, haben den Energieträger Fernwärme und wir haben ein Gebäudennetz Wärme. Die zweite Variante, die ich Ihnen danach vorstelle, ist die Variante mit Biomasse, also mit Hakut. Und wir haben dann die bivalenten Varianten oder Hybridsysteme, die ich Ihnen vorstellen möchte, mit Wärmepumpen und Spitzenkessel, Gas bzw. Öl. Und eine multivalente Variante, ganz zum Schluss möchte ich Ihnen vorstellen, wenn es in Richtung kompliziert geht, wo wir dann noch die PV-Stromnutzung in der Wärmepumpe gegensetzen mit positiver Regelenergie, indem wir zusätzlich noch ein BRKW für KWK setzen und damit den Strom für das Mieterstrommodell noch erzeugen können in der sogenannten Dunkelflaute und diese Wärmerung wiederum im Gebäudenetz nutzen. Ja, als erstes ein Gebäudenetz angeschlossen an ein Wärmenetz mit dem Energieträger Fernwärme. Wir sehen hier das Gebäude 1. Das Gebäude 1 hat schon einen Fernwärmeanschluss oder es ist möglich, diesen Fernwärmeanschluss neu zu realisieren. Die Gebäude 3 und 4 in der benachbarten Straße nennen wir das hier die Goethe-Straße und hier haben wir die Schiller-Straße. In der Schiller-Straße haben wir keine Fernwärme. Wir schließen also über das Gebäude 1, über ein Gebäudenetz indirekt jetzt diese Gebäude 2 und 3 an die Fernwärme an. Wir müssen also hier ein Gebäudenetz errichten, den Fernwärmeanschluss am Gebäude 1 vergrößern und können jetzt hier die Wärmeverteilung in den Gebäuden mit unserem eigenen Gebäudenetz machen. Das ist also das, was wir aktuell am häufigsten jetzt in die Planung bekommen. Die Unterstation der Fernwärme wird geregelt über die 4747. Die Hausübergabestation werde ich Ihnen jetzt mehrere Varianten vorstellen, wie wir das realisieren können, weil wir haben natürlich die Möglichkeit, verschiedene Netzvarianten aufzubauen. Was selten passiert, aber was möglich ist, dass wir ein sogenanntes druckloses Gebäudenetz aufbauen. Das heißt, wir haben keine Systempumpe, die einen Systemdruck in unser Gebäudenetz bringt, sondern die dezentralen Heizungsverteiler ziehen sich das notwendige Wasser von dem Gebäude 1 selbst. Die zweite Variante ist, dass wir ein druckbehaftetes Gebäudenetz aufbauen, aber dass wir direkte Wärmeübergabestationen einsetzen. Das heißt, das Medium in allen Gebäuden ist das gleiche. Es ist nicht getrennt. Das Gebäudenetzwasser von dem Heizwasser, was durch die Heizkörper sprünkt. Und die dritte Variante wäre dann, dass wir ein druckbehaftetes Gebäudennetz aufbauen, wir aber indirekte Wärmeübergabestationen realisieren. Das ist die Variante, die sicherlich am seltensten zum Tragen kommt, weil ich dann zusätzliche Kosten für die Druckhaltung nochmal dezentral habe, größere Investitionskosten für die Übergabestationen. Und da ja das komplette Netz und die Gebäudeheizungsanlagen einem Eigentümer gehören, sehe ich hier auch nicht die Notwendigkeit, diese indirekte Übergabe zu realisieren. Ich werde sie Ihnen trotzdem kurz vorstellen. Die Variante 1, wir haben hier den Anschluss an das Wärmenetz. Wir haben eine sogenannte Wärmenetzunterstation mit einer Systemtrennung über einen Wärmeübertrager. Wir haben aber ein druckloses Gebäudenetz. Das heißt, die Heizungsverteiler dezentral ziehen sich über das Netz und über den Wärmeübertrager die notwendige Wassermenge, die benötigt wird. Ist in der Praxis häufig realisiert worden, auch anders mit Heizkesseln ähnlichen. Sie kennen das, Sie haben einen riesigen Gebäudekomplex, bauen drei Heizungsverteiler auf und haben ein druckloses Netz. Das Ganze funktioniert, hat aber seine Grenzen. Wir haben die Grenzen jetzt hier mal für einen maximalen Differenzdruck von 200 Millibar über die Unterstationen das Gebäudennetz definiert. Das bedeutet in der Praxis, das Ganze ist nur geeignet, wenn ich eine geringe Anzahl von Gebäuden habe und vor allen Dingen bei einer geringen Netzlänge. Da der Druckverlust über das Netz nicht zu unterschätzen ist. Hat aber seine Daseinsberechtigung wirklich bei diesen kleineren Gebäudenetzen, weil ich jetzt hier natürlich keinen Stromverbrauch für die Netzpumpe habe. Wie sieht das Ganze dann in der Hausübergabestation aus? Die Hausübergabestation ist ein normaler Heizungsverteiler. Im Heizungsverteiler habe ich einen oder mehrere Heizpreise für die Raumheizung. Und ich habe ein Trinkwasserwärmer- und Speichernadesystem. Generell setzen wir ja sehr gerne Trinkwasserwärmer- und Speichernadesystem ein, weil sie diverse Vorteile haben. Diese diversen Vorteile, dass ich sozusagen DNL-Zahlen über die Speichergröße, die externe Wärmeübertragergröße genau definieren kann. Und dass ich im Betrieb niedrige Rücklauftemperaturen habe. Auch schon beim einstufigen System können Sie auch gerne im anderen Webinar Trinkwasserwärmer nochmal anhören. Aber wir haben einen wesentlichen anderen Vorteil. Wir dürfen nicht unterschätzen, dass sich dieses Gebäudenetz im Sommer auskühlt. Ähnlich wie sich Hausanschlussleitungen im Sommer auskühlen, wenn der Trinkwasserwärmer nicht in Betrieb ist. Und dieses System hat einfach den Vorteil, dass es aus der Regelungssicht hier automatisch ein warmfahrendes Netzes macht. Und der Start der Ladung für unsere Trinkwarmwasserspeicher, für das Trinkwarmwasser, erst beginnt, wenn die notwendige Wärme ansteht. Das heißt, wir haben hier indirekt integriert ein warmfahrendes Netzes, falls das Netz in der Nacht 20 Kelvin auskühlt, weil alle Trinkwasserwärmer nicht in Betrieb waren. Die Raumheizung, weil wir über 20 Grad Außentemperatur haben, deaktiv ist. Und das ist inklusive, setzen wir andere Trinkwasserwärme ein, weise ich hier nur kurz darauf hin, dass wir teilweise für die Warmhaltung vor den Speichern dann eine Schaltung einbauen müssen, die dieses Warmfahren realisiert. Das können wir, ist dann aber wieder zusätzlicher Aufwand und hat dann nur einen Sinn, wenn aus Gründen der Gebäudearten Trinkwasserwärme am Durchfluss eingesetzt werden müssen oder aus Kostengründen in ein oder zwei Familienhäusern Trinkwasserwärmer im Speichersystem, also preiswertere Speicher mit Roschlange eingesetzt werden. Die Netzvariante 2 ist ein Gebäudenetz, wo ich druckbehaftet fahre. Das heißt, ich habe die Fernwärme-Runterstation, die wird genauso realisiert, aber ich habe jetzt eine Systempumpe, die in das Gebäudenetz fährt. Wir realisieren jetzt diese Systempumpe gerne als Redundanzschaltung, also zweimal 50 Prozent, zweimal 75 Prozent oder mit Gürtel und Hosenträger auch gern zweimal 100 Prozent mit einer Zwangs- und Störumschaltung, weil das ist jetzt natürlich, wenn ich so eine Systempumpe habe, dass A und U, wenn diese nicht funktioniert, sind alle Gebäude, sowohl Raumheizung als auch Trinkwasserwärmung kalt. Und deshalb gerne die Sicherheit über zwei Pumpen. Deshalb sehen Sie hier unten auch so eine Sicherheitsschaltung beim Schmutzfänger. Ich kann mit dieser Parallelschaltung von zwei Schmutzfängern in Betrieb die Schmutzfänger reinigen, muss also nicht das Gebäudenetz herunterfahren, um den Schmutzfänger reinigen zu können. Das ist also eine Erfahrung aus den Wärmenetzen, die wir hier gerne übertragen und zur Verfügung stellen. Hier ist es jetzt so, dass die Unterstationen, der Druckverlust des Gebäudenetzes und der Druckverlust der Hausübergabestationen die notwendige Förderhöhe für diese Netzpumpe bestimmen. Das heißt, auch hier brauchen wir natürlich die Leitungslängen der Gebäudenetze, die ungefähre Rohrart, damit wir die Druckverluste bestimmen können, um dementsprechend die Netzpumpe auslegen zu können. Das ist jetzt für alle Gebäudenetzvarianten geeignet. Es ist ja ähnlich ein Wärmenetz aufgebaut. Ich fahre mit einem Differenzdruck an das Gebäude und dort baue ich dementsprechend die direkte oder indirekte Übergabestation auf. Wie sieht dann so eine direkte Übergabestation aus? In der direkten Übergabestation habe ich einen Differenzdruckregler, Volumenstromregler, der mir jetzt an dem entsprechenden Netzpunkt den Differenzdruck auf einen voreingestellten Sollwert regelt. Das ist bei uns dann in der Regel 0,2 Bar. Mit diesen 0,2 Bar betreibe ich dann die Raumheizung mit einer zusätzlichen Umweispumpe, weil der Differenzdruck im Gebäude häufig größer ist, Richtung 300, 350 Millibar. Und ich kann mit diesem Druck über ein Regelventil das Speicher-Ladesystem wieder betreiben. Hier wieder mit dem gleichen Vorteil, dass die Warmfahrung des Wärmeübertragers sozusagen das Netzwarmfahren realisiert. Der Vorteil bei diesem System ist, dass die Netzvorlauftemperatur, die ich hier realisiere, 65 oder 70 Grad, auch komplett als Netzvorlauftemperatur an meinen Heizflächen genutzt werden kann. Also gerade wenn ich ältere Gebäude habe mit älterer statischer Heizung, wo ich noch sehr hohe Vorlauftemperaturen fahren möchte. Das Ganze gibt es jetzt natürlich als indirekter Anschluss an das Gebäudenetz. Beim indirekten Anschluss habe ich dann diesen Wärmeübertrager zur Netztrennung, muss hier im Gebäude eine separate Druckhaltung aufbauen, habe über diesen Wärmeübertrager einen Temperaturhub von 5 Kelvin, den ich abfalle. Also fahre ich mein Gebäudenetz mit 65 Grad, kann ich hier nur 60 Grad Raumheiztemperatur realisieren. Und wir schlagen auch vor, dass den Trinkwasserwärmer- oder Speicherladensystem am Gebäudenetz anschließend fließen und nicht hier auf der Hausanlagenseite, um weitere Temperaturverluste zu haben. Weil wir können jetzt hier mit 65 Grad noch 60 Grad Trinkwarmwasser realisieren. Währenddessen, wenn wir hier einen Temperaturabfall haben, haben wir zwei Wärmeübertrager und müssen das Netz schon immer mindestens am Netzstechpunkt mit 70 Grad fahren. Ja, das war mal der Vorstellung, wenn wir ein Sekundärnetz, ein Internwärmennetz aufbauen. Aber häufig wird es so sein, dass wir ein Gebäudenetz haben, wo wir eine eigene Energiezentrale oder Heizzentrale realisieren und dann mehrere Gebäude anschließen. Das sieht dann so aus, wir haben dann im oder neben dem Gebäude 1, haben wir eine Energiezentrale, die dann wiederum dezentral die Gebäude versorgt. Das bleibt also erstmal gleich. Und ich habe dann in diesen Gebäuden die gleichen Hausübergabestationen, wie ich sie jetzt auch gerade vorgestellt hatte. Ich habe Ihnen ja gesagt, ich würde Ihnen mal gern die Variante Biomasse vorstellen und ich würde Ihnen auch mal die Variante Monovalente Wärmepumpensysteme vorstellen. Dann hybride Wärmepumpensysteme und dann mal ein System, multivalent Wärmepumpe, BHKW und Spitzenkessel bzw. Reservekessel. Was wir hier sehen ist, dass wir vom Temperaturniveau bei der Biomasse ja immer am höchsten liegen, weil Biomassekessel von sich aus eine höhere Vorlauftemperatur haben. Damit können wir die Netze auch mit höheren Temperaturen fahren. Und dass wir bei reinen Wärmepumpensystemen sehr schwierig auf Netzvorlauftemperaturen von 65 bis 70 Grad kommen werden. Natürlich ist das möglich, aber der COP der Wärmepumpe leidet dann entsprechend. Dann sind wir auch im Detail, welche Wärmequelle nutzen wir. Grundwasser, Sohle, Luft oder haben wir eventuell Abwärmepotenziale? Ich bin jetzt mal davon ausgegangen, dass dieses Wärmepumpensystem 50 Grad Vorlauftemperatur realisieren kann, so werde ich es vorstellen. Ja, aber zuerst das reine Biomasse-System. Wir haben Hackhutpotenziale in den Regionen. Diese Hackhutpotenziale können genutzt werden. Dort haben wir aktuell auch sehr viele Anfragen. Der Vorteil ist, wir haben Erzeugertemperaturen von 80 Grad, die wir sehr einfach realisieren können. Wir können in Wärmespeichern, Zwischenspeichern, also wir können ein bisschen den Verbrauch und die Erzeugung entkoppeln, was ja notwendig ist, da diese Biomassekessel sehr träger agieren und nicht so modellierend leistungsgefahren werden können, wie wir das von den guten Gaskesseln historisch kennen. Dann sehen wir hier wieder zwei Netzpumpen und die entsprechende Schaltung, wie wir in das Gebäudennetz einfahren. Und wir können die Temperatur von 80 Grad natürlich im Speicher einschichten und das ist jetzt unsere Entscheidung, ob wir dieses Netz mit 70 Grad, 75 Grad oder 80 Grad fahren. Wir können das Netz natürlich auch mit 65 Grad fahren, um gerade so die Trinkbahnwasserbereitung realisieren zu können. Aber das muss im Einzelfall entschieden werden. Ich würde niemals permanent die 80 Grad Vorlauf ins Netz fahren, weil natürlich dadurch die Temperaturverluste im Netz leicht steigen und das sind Wärmeverluste, die wir am Ende mit erzeugen müssen. Wie sieht sowas dann aus? Also ich habe Ihnen jetzt hier mal ein Beispiel mitgebracht, wo wir hier das Hackhut vom Transport her eingeschüttet bekommen, über die entsprechenden Schneckensysteme hier in einen Vorratsraum einbringen. In dem Vorratsraum haben wir die entsprechende Zuführung zu unserem Hackhutkessel und aus dem Hackhutkesselraum, da wird dann entsprechend die Wärme verteilt über die Wärmenetzpumpen. Das Ganze habe ich Ihnen hier mal als 2D-Ansicht mitgebracht. Sie sehen also hier diese Zuführung von unten zu dem Hackhutkessel mit dem entsprechenden Schneckensystem und man sieht hier gut, dass der Unterbau der Heizzentrale ein Containersystem ist, auf den ich als Oberbauer eine Vergrößerung meines Vorratsraums setzen kann. Und jetzt merken wir schon, wir sind sehr in den Details, welche Leistung benötigen wir, was ich Ihnen hier zeige, hat 240 kW Heizleistung, welche Zuführung haben wir, wie oft wird das Hackhut angefahren oder ist es sogar dort regional am Platz vorhanden, kann man hier auf diesen zusätzlichen Vorratsraum verzichten, auf das Schneckensystem verzichten, kann es mit dem Radlader von oben zugeführt werden. Also wir schaffen es natürlich nicht, eine Lösung skalierbar für immer zu realisieren, sondern wir bringen Ihnen Lösungen, die zu 80% passen werden und 20% sind immer objektbezogene Anpassungen, weil die Objekte immer unterschiedliche Randbedingungen haben, unterschiedliche Einsatzgrenzen und damit leichte Anpassungen notwendig sind. Als zweites Mal ein reines Wärmepumpensystem. Wir merken hier, dass es in der Praxis dann doch sehr stark zur Luftwärmepumpe geht. Oder als zweites zur Nutzung als Wärmequelle von Seewasser, also ähnlich wie Grundwasser, nur dass diese vorhandene Wärmequelle als See vorhanden ist. Wir haben jetzt die Erfahrung gemacht, dass diese Netze als sogenannte Low-Ex-Netze betrieben werden. Das heißt, wir fahren irgendwas zwischen 45 und 55 Grad in ein Wärmenetz. Ich habe jetzt hier mal angenommen, 50 Grad ist die Erzeugertemperatur der Wärmepumpe. Wir haben dann entsprechend im Speicher 50 Grad bevorratet und fahren mit diesem 50 Grad in unser Wärmenetz. Was wir hier in der Planung wissen müssen, ist natürlich, wo wird der Strom für diese Wärmekumpe zugekauft, beziehungsweise ist dieser Strom aus eigener PV-Anlage. Wie stark müssen Erzeugung und Verbrauch entkoppelt werden und daraus ergibt sich die Größe dieses Wärmespeichers. Und wir sind dann, wenn wir einen Tageslastgang speichern sollen, relativ schnell bei großen Wärmespeichern, was nicht das Problem ist. Wärmespeichern neben die Heizzentrale zu stellen, der Außenaufstellung ist heute schon hundertfach realisiert worden, auch vom Preis her im Bereich, was kein Problem ist. Aber man muss genau vorher jetzt wieder vom Objekt wissen, wie groß ist mein Verbrauch im Tageslastgang, wie ist meine Kurve im Tageslastgang, wann bekomme ich den Strom, wann soll die Wärmepumpe pro Vorzug laufen und wie ist die Notwendigkeit der Entkoppelung. Weil ich glaube, die Daseinsberechtigung dieser Wärmepumpe kommt stark von eigenen PV-Anlagen der Betreiber bzw. Inhaber der Gebäudenetze. Dann kommt immer eine zweite große Frage. Im Sommer habe ich dann sehr viel PV-Strom. Bringe ich den PV-Strom über eine Direktheizung im Speicher oder bringe ich diesen PV-Strom über eine Direktheizung als zusätzlichen Elektrokästen? Wenn es relativ wenig überschüssiger PV-Strom ist, dann würde ich immer aus Kostengründen die Elektroheizkörper direkt in den Speicher im oberen Teil realisieren, weil es eine geringe Menge ist. Und wir können dann den oberen Teil des Speichers in diesen Spitzenzeiten auch gerne bis 70, 80 Grad erwärmen. Wenn es sehr häufig der Fall ist und wenn wir gerne möchten, dass wir ein Exergie-Niveau erreichen von 60 Grad oder höher, dann plädiere ich für einen Elektrokessel, der hier parallel aufgeschaltet wird. Damit kann ich die gleiche Anzahl Kilowattstunden, also die gleiche Energiemenge realisieren, aber auf einem höheren Temperaturniveau. Und dann ist es wiederum möglich, das zweistufig zu realisieren, also eine andere hydraulische Schaltung zu nehmen, zu sagen, ich mache mit der Wärmepumpe eine Art Vorerwärmung. Dadurch hat die Wärmepumpe einen besseren COP und wenn ich zu viel Strom habe, die Nacherwärmung über den Elektrokessel. Und hier sind wir dann wieder beim Objekt, bei den Gegebenheiten, genau zu prüfen, was ist sinnhaftig, welche Variante ist hier die beste. Jetzt kommen wir in ein Gebäudenetz als LUEX-Netz mit 50 Grad Vorlauf. Wir stellen die separate Heizzentrale hier in diesem Fall als Containerlösung. Aktuell realisieren wir so etwas, dass die Wärmepumpen auf dem Dach aufgebaut werden. Es gibt auch Lösungen, wo die Wärmepumpen seitlich angeschlossen werden und dann durch Gitter geschützt werden. So sieht dann der Innenbauaufbau aus. Entsprechende Druckhaltung, die Hydraulik mit der Wärmenetzpumpe, Schaltschrank. Es können mehrere Speicher realisiert werden, wenn allerdings die Trennung von Verbraucherzeugung sehr groß ist, muss auch wieder ein außen bestellter Speicher zusätzlich aufgestellt werden. Was jetzt aber die Besonderheit ist, dass wir jetzt natürlich Hausübergabestationen benötigen, die für unsere Trinkwassererwärmung das höhere Temperaturniveau dezentral realisieren. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Netzvorluftemperatur von 50 Grad. Das heißt, wir können bei einer direkten Wärmeübergabe mit dieser Netzvorluftemperatur 50 Grad Raumheizung, Vorluftemperatur realisieren. Und wir schaffen es, eine Vorerwärmung damit zu realisieren im Trinkwasserbereich, aber nicht das Wasser auf 60 Grad zu erwärmen. Dafür haben wir hier dezentral entsprechende Wärmepumpen eingesetzt. Das sind Spezialwärmepumpen. Und diese Wärmepumpen nutzen jetzt den Hittertemperaturspeicher als Wärmequelle und fahren auf ein höheres Temperaturniveau von 70 Grad in den Hochtemperaturspeicher. Mit diesen 70 Grad Heizwasser wird dann im Nacherwärmer die Trinkwasserwärmung auf 60 Grad realisiert, beziehungsweise im Zirkulationsbetrieb die Erwärmung von 55 auf 60 Grad. Die Besonderheit hier ist die, dass wir diese Wärmepumpen relativ klein auslegen können. Das heißt, wenn wir normalerweise für die Trinkwasserwärmung mit dem Kessel nachladen, gehen wir immer von 30 Minuten aus und wir haben dann ja die komplette Leistung. Hier ist es so, dass wir die Vorerwärmung schon aus dem Niedertemperaturspeicher realisieren. Wir müssen also nur die Energie für die Nacherwärmung realisieren und wir können diese Wärmerumpe den ganzen Tag gemütlich 20 Stunden laufen lassen. Das heißt, die Leistung fällt entsprechend geringer aus bei der gleichen Wärmearbeit, die wir hier realisieren. Das ist also hier eine Schaltung, die wir hier gerne einsetzen. Das Ganze geht natürlich auch als indirekte Variante, so wie wir es auch bei den anderen Hausübergabestationen gezeigt haben. Dann haben wir natürlich den Nachteil bei der indirekten Variante, dass ich aus 50 Grad Netzvorlauftemperatur dann 45 Grad Heizkreisvorlauftemperatur realisieren kann. Das ist in der Regel kein Problem, wenn ich einen Neubau habe. Im Neubau kann ich die entsprechenden Heizflächen so auslegen. In der Sanierung geht es ja um jede Grad Celsius, die ich bei der Raumheizung nach oben komme, um möglichst die Raumheizung mit den vorhandenen Heizflächen realisieren zu können. Hier ist dann entsprechend der Niedertemperaturspeicher mit 45 Grad beladen. Der Hochtemperaturspeicher wird entsprechend wieder auf 70 Grad gefahren. Damit ist die Leistung des Nacherwärmers ein bisschen höher. Die notwendige Wärmearbeit für die Wärmepumpe ist ein bisschen höher. Also auch hier muss bei der Auslegung darauf geachtet werden. Ich möchte noch mal ganz kurz an der Stelle darauf hinweisen, dass diese Überprüfung der vorhandenen Gebäude in der Sanierung der Heizflächen auf ein niedrigeres Temperaturniveau, jetzt in diesem Falle ja hier auf 45 oder 50 Grad oder auf 55 Grad, in Deutschland in einem Forschungsvorhaben untersucht wurde. Und da gibt es einen sehr guten Abschlussbericht zu dem Thema LUX im Bestand, also einfach LUX im Bestand im Internet eingeben. Dann kommt man dort auf dieses Forschungsvorhaben und dort wird genau erklärt, wie kann ich vorhandene Gebäude überprüfen. Sprich, ich nehme die Heizflächen auf, ich rechne noch mal die Heizlast nach, weil häufig eine Sanierung der Fenster oder ähnliche Dachwärmedämmung oder Ähnliches passiert ist. Wie rechne ich jetzt noch mal nach, kann ich mit 50 Grad Vorlauf diese Raumheizung nutzen? Dann kommt meistens ein Umbau von maximal 10 Prozent der notwendigen Heizflächen heraus, weil die Heizflächen in der Regel überdimensioniert waren, weil wir mit viel zu größer Wärmebedarfsrechnung damals noch gerechnet haben in den 90er und 80er Jahren, weil die Heizflächen damals auch größer dimensioniert wurden, als nach dieser Berechnung ausgelegt war. Aber was dann in der Regel notwendig ist, neben diesem Umbau, ist ein völlig neuer, vollständiger hydraulischer Abgleich. Und wenn dieser hydraulische Abgleich realisiert ist, können häufig diese Bestandsanlagen problemlos mit diesen Vorlauftemperaturen von 45 oder 50 Grad realisiert werden. Was wir dann in der Praxis auch noch festgestellt haben, ist, dass die Fahrweise, die wir so klassisch haben in der Fernwärme oder wenn wir einen Gaskessel hatten, eine starke Nachtabsenkung und früh aus der Nachtabsenkung und die Räume heizen sich schnell auf, dass wir von dieser Fahrweise abkommen müssen. Das heißt, wir dürfen nicht so stark in die Nachtabsenkung gehen, müssen also aus relativ wärmeren Räumen früh nicht so stark wieder erwärmen. Und dann können mit diesen tieferen Temperaturen problemlos diese Räume auch wieder wie gewohnt in einer halben Stunde auf 20 Grad Raumtemperatur erwärmt werden. Die Nutzer merken kaum eine Veränderung, außer wenn sie die Heizflächen anfassen und es ist nicht mehr ganz so warm wie vorher. Aber das Wärmeempfinden im Raum ist das Gleiche. Es kann problemlos realisiert werden. Und das ist halt der Schlüssel der Zukunft, wenn wir Wärmepumpenlösungen sowohl in den Gebäuden oder wie jetzt hier im Gebäudenetz oder bei der Transformation der Wärmenetze das Temperaturniveau senken wollen, geht es nicht, ohne dass wir an die vorhandenen Heizsysteme der Gebäude herangehen. Das ist hier die wichtige Botschaft, gerade bei solchen Netzen. Das ist hier dann die Notwendigkeit. Ich muss hier in die Gebäude schauen, wenn es eine Sanierung ist und muss schauen, komme ich mit diesem Temperaturniveau mit der fahrenden Heizung hin, beziehungsweise wie plane ich, damit ich das hinbekomme und wie muss ich beim hydraulischen Abgleich vorgehen. Das ist der entscheidende Schritt. Deshalb wird es auch häufig zu sogenannten bivalenten Systemen kommen. Bivalente Systeme, so wie wir es als Hybrid-Heizzentralen ja auch schon die dezentralen Gebäuden kennen, wird es auch zukünftig geben für Gebäudenetze. Das heißt, ich habe Luftwärmepumpen, ich kann den letzten Temperaturhub mit dem Gaskessel machen. Ich kann gerade, wenn die Außentemperaturen sehr kalt sind, sehr viel Wärmeenergie über den Gas- oder Ölkessel machen. Es ist problemlos möglich, bei den Witterungsverhältnissen, die wir ja die letzten zwei, drei Jahre hatten, mit dieser Luftwärmepumpe auch mit diesem Temperaturniveau 65 Prozent erneuerbare Energieanteile zu erreichen. Und hier sind einfach die Entscheidungen, die Kriterien hatte ich ganz am Anfang genannt, macht es jetzt Sinn, eine solche Heizzentrale aufzubauen und mehrere Gebäude anzuschließen oder macht es Sinn, das in jedem Gebäude einzeln zu realisieren. Und das hängt wieder ganz stark davon ab, wie groß sind meine Heizräume immerhin vorhanden, wo ist das Potenzial, die Wärmepumpe aufzustellen. Und wenn das in den Gebäuden realisiert werden kann, wird sicherlich der Fall der dezentralen Erzeugung in den Gebäuden einfacher sein. Wenn allerdings diese Möglichkeiten nicht da sind, ist das Gebäudenetz für die Wohnungswirtschaft ein sehr effizienter Hebel hier eine Heizzentrale aufzubauen und mit dieser Einheitszentrale mehrere Gebäude zu versorgen. Ja, dann haben wir hier die Möglichkeit mit dem vorhandenen Temperaturniveau, also dem hohen Temperaturniveau von 70 Grad in die Gebäudenetze zu fahren und dann entsprechend auch wieder die vorhandenen Heizsysteme zu betreiben. Das ist dann der Riesenvorteil. Ich muss nicht diesen Artenweg gehen in den Gebäuden, die dezentral die Raumheizung zu überprüfen. Ja, die Lösung, die wir hier anbieten, sieht so aus. Sie haben ja schon gesehen, auf einem Gebäude die entsprechenden Luftwärmepumpen anschließen. Das können dann aber ganz schnell mal größere Kaskaden werden. Dann haben wir die Mindestabstände etc. Das ist hier mal ein Beispiel. Wir haben dann entsprechend noch einen Gasbrennwert oder einen Heizölkessel und wir können wieder aus der eigenen PV den ganzen Strom nutzen, wenn wir möchten und dann wieder der Hinweis, dann wird in der Regel ein größerer Wärmespeicher notwendig. Das Ganze bringen wir dann noch in eine Heizzentrale unter, sehen wir hier. Also es ist möglich, die Druckhaltung, die Netzpumpentechnik, den Gaspesseln auf dem Dach, die Wärmepumpenleistung, all das in einer Heizzentrale zu realisieren. Das ist also noch eine relativ kleine Lösung, die wir hier anbieten können und sicherlich mal der effizientere Weg, wie ich schon gesagt habe, wenn man mehrere Gebäude mit 12 oder 16 Wohneinheiten hat, die zusammenzuschließen, anstatt das mehrmals zu machen. Jetzt kommen wir zu dieser Multi-Wandel-Lösung, die ich in der Praxis eher selten gefunden habe, wo die aktuell eine sehr große Unsicherheit beim Thema BHKW-Markt ist, weil die entsprechenden Energieträger für BHKWs auch irgendwann auslaufen, der Erdgaspreis stark schwankt, der Strompreis stark schwankt, eine gewisse Investitionssicherheit da sein sollte. Also hier der Hinweis, die BHKW-Größen, die wir hier benötigen, sind ja relativ klein. Wir reden hier von 20, 25 kW elektrische Leistung, auch bei so einem Gebäudenetz. Der Mehrwert ist relativ groß und diese BHKWs haben einen Lebenszyklus von 10 Betriebsjahren. Das heißt, in diesem Lebenszyklus, wenn wir das jetzt realisieren, sind wir bei den 65 Prozent erneuerbar. Das heißt, wir können aktuell Energieträger einsetzen, die fossil sind. Wir haben aber diesen riesigen Mehrwert der Sektorenkopplung in beiden Richtungen, also nicht nur der negativen Regelenergie, die wir mit der Wärmepumpe aus dem Stromnitz nutzen, sondern auch positive Regelenergie, die wir dann in dem Gebäudenetz bringen und dann in die sogenannte Stromkundenanlage. Und dann ist es so, dass wir, wenn diese Laufzeit des BHKWs vorbei ist, sicherlich zwei Jahre vorher wissen, wie hat sich der Markt um uns entwickelt. Gibt es ein Wasserstoffnetz? Ist es möglich, so ein BHKW, so eine KWK über Wasserstoff getreiben? Gibt es Biomethan im großen Ausmaß und das Gassens wird in den Regionen, in den Ballungszentren auf sich erhalten mit Biomethan? All die Fragen, die jetzt heiß diskutiert werden, die sich aber erst die nächsten Jahre entscheiden werden. Oder ist es dann wirklich nicht mehr notwendig, diese sehr dezentrale KWK einzusetzen, weil die KWK dann im Niederspannungsnetz durch die Stadtwerke stattfindet und ich im Bedarf diesen Spitzenstrom, wenn es sehr kalt ist und in der Dunkelflaute preiswert von meinen Stadtwerken bekommen. All diese Fragen werden sich die nächsten Jahre beantworten. Aber aus meiner Sicht ist das eine riesige Option, die Verbindung KWK und Wärmepumpe zu nutzen. Dann rückt dieser Gaskessel komplett in den Hintergrund. Das ist in meinem Fall nur noch eine Störreserve, weil wir mit dem Betrieb des BHKWs vor allen Dingen im Winter und ansonsten im Sommer und Übergangszeiten der Wärmepumpe hier die notwendige Wärmeenergie realisieren können. Hier können wir dann in das Netz entsprechend reinfahren. Wir haben im Sommer über die Wärmepumpe das entsprechende Niveau. BHKW hat immer eine Wärmeauskopplung von 80 Grad. Das heißt, auch der Vorteil wäre dann gegeben, dass wir hier im Winter, wenn wir den BHKW-Betrieb haben und der ist ja meistens, wenn es sehr kalt ist und entsprechend nicht genügend Strom oder die Luftwärmepumpe und schlechten COP haben, realisiert wird, haben wir dann sogar die Möglichkeit, das Netz höher zu fahren. Ja, so sieht dann eine sogenannte multivalente Heizzentrale von JADOS aus. Wir können hier, das sieht man hier sehr gut, von diesen Containerlösungen modular erweitern. Natürlich auch im dritten oder vierten. Das System hat hier keine Grenzen. Jetzt können Sie sich gedanklich auch vorstellen, man könnte auch eine Wärmepumpenlösung mit einer Biomasse-Lösung kombinieren, indem man hier diese erste Heizzentrale mit der Hakut kombiniert. Also den Gedankenspielen sind hier keine Grenzen gesetzt. Ich stelle jetzt hier nur mal Zentralen vor, die aus meiner Sicht praktisch sich am häufigsten durchsetzen werden. Wir haben jetzt diese Heizzentrale mit der Luftwärmepumpe und auf der anderen Seite die zweite Heizzentrale mit dem BHKW, den Gasbrennwertkessel, den wir schon hatten und nutzen jetzt wieder aus der eigenen PV den Strom. Und wenn wir hier stark entkoppeln müssen, dann wieder der Inweis größerer Wärmespeicher ist notwendig. Das Ganze sieht dann von der Raumaufteilung so aus. Wir haben also zwei Betriebsräume. Einmal mit dem Gaskessel, einmal das BHKW-Druckhaltung. Und entsprechend jetzt in dem anderen Heizzentrale angeordnet, um die Bedienerfreundlichkeit zu haben. Man sieht dann auch schön, je mehr Container oder Gebäude wir hier nebeneinander stellen, umso mehr Wärmepumpenfläche haben wir automatisch vorhanden. Also hier können wir hier so auch problemlos relativ schnell und zügig erweitern. Ja, das sind die Heizzentralen. Das war mal so ein Einblick, was ist möglich, was macht Sinn in dieser Größe. Und dann übertragen wir die Wärme über das Rohrsystem, über unser Gebäudenetz zu den Gebäuden. Hier gibt es natürlich spezielle Anbieter. Ich möchte nur darauf hinweisen, wir reden ja hier über ein Wärmenetz, was in der Regel mit maximal fünf Basielheizventilen abgesichert ist, was in der Regel mit dem Betriebsdruck von 3,5 Bar im Vorlauf im Rücklauf noch niedriger, dann in der Regel von 2,5 oder 2 Bar gefahren wird. Abgesichert ist bei 90 Grad und eine Betriebstemperatur in der Regel von 70 oder 75 Grad haben wird. Das Netz selbst wird dann entsprechend dem Aufbau DIN 65 bis DIN 20 sein und es ist kein Stahlrohr als Mediumrohr, also kein Kunststoffmantelrohr erforderlich. Wenn wir nicht das Kunststoffmantelrohr, sondern einfaches PEX-Rohr verwenden, haben wir natürlich eine viel einfache Montage. Das heißt, wir haben einen Graben, wir müssen nicht vorspannen, wir müssen das Rohr in Anführungsstrichen nur einlegen. Wir können das Rohr einsenden, den Graben verschließen und danach in Betrieb nehmen. Also all die Dinge, die wir beim Kunststoffmantelrohr haben, zugelassene Schweißer, Vorspannen, dann einsenden und diese ganzen Arbeitsschritte entfallen entsprechend. Und das macht die Montage einfach und das macht sie vor allen Dingen kostengünstiger. Das ist natürlich ein Riesenvorteil des Gebäudenetzes, auch als Sekundärnetz an ein Wärmenetz. Weil Wärmenetzleitungen zu verlegen, ist der teure Teil für den Anschluss an die Fernwärme. Ja, das ist hier der Hinweis. Dann ist es so, dass dieses PEX-Rohr von verschiedenen Herstellern mit Pordämmung, von anderen mit PE-Dämmung realisiert wird. Dann gibt es für jedes System natürlich Vor- und Nachteile. Der entscheidende Hinweis ist hier wirklich, es gibt Systeme, die haben den besten Lambda-Wert und entscheidend ist natürlich die Wärmeleitfähigkeit dieser Dämmung. Und ich kann Ihnen hier nur empfehlen, bei der Wärmedämmung für dieses System nicht zu sparen, weil jede Kilowattstunde, die Sie nicht in dem Gebäudenetz verlieren, die spart Ihnen natürlich Betriebskosten, weil die müssen Sie nicht in der Zentrale realisieren, also erzeugen. Und hier würde ich wirklich von den Investitionskosten her auf das höherwertige System setzen, würde das Ingenieurbüro gerne mal beauftragen, im Lebenszyklus das zu rechnen. Und jetzt müssen wir nämlich entscheiden, ich habe gerade vom Lebenszyklus eines BRKWs in der Erzeugeranlage gesprochen, das sind ja nur zehn Jahre, Wärmepumpe 15 Jahre. Aber wenn ich das Netz verlegt habe, gehe ich schon davon aus, dass dieses Netz mindestens 30 Jahre betrieben wird. Das heißt, wenn ich einmal diese Rohrleitung in der Erde verlegt habe, dann bin ich ja flexibel mit meiner Heizzentrale, aber ich will ja weiterhin das Netz nutzen. Und hier muss ich gegen einen Lebenszyklus von 30 Jahren rechnen. Und selbst wenn sich jetzt hier erst noch zwölf Jahren die Amortisation einstellt über die bessere Wärmedämmung, wäre ich derjenige, der hier sagen würde, wir nehmen die bessere Wärmedämmung, weil auf lange Sicht bringt uns das, die entsprechende Ersparnis. Also das ist hier aus meiner Sicht nochmal ein ganz wichtiger Hinweis für das Rohrsystem. Wenn wir in den Gebäuden sind, können wir natürlich ganz normal verlegen mit dem Rohrsystem, was wir haben. Wir können Seestahlrohr pressen, wir können die normale Wärmedämmung 100% nach GEG anbringen. Völlig ausreichend. Es gibt auch Gebäudenetze. Wir haben jetzt eins in Berlin, ein riesenlanger Gebäudekomplex, wo das Netz rein im Keller im Gebäude verlegt wird. Dann habe ich gar kein Rohrsystem, was irgendwo im Außenbereich unter der Erde verlegt wird. Also dann mache ich eine ganz normale Heizungstechnik, Montage, PN6, 90 Grad, fertig. Entscheidend für den Betrieb unseres Gesamtsystems, also Erzeugung, Netz, Verbrauch, ist jetzt natürlich unser Energiemanagement. Das Wort Energiemanagement ist jetzt alles nichts oder. Wir gehen erstmal von unserer Wärmeerzeugung aus, das Management von der Wärmeenergie. Und wir bieten dazu eine übergeordnete Leittechnik-Supervisor an, die in der Erzeugeranlage schon mal die Lastspitzen glätten kann. Was heißt das? Wir wissen, früh kommen viele Gebäude aus der Nachtabsenkung. Ich habe eine größere Lastspitze oder ich habe bestimmte Zeiten, wo dann doch noch relativ in der Gleichzeitigkeit mit einer höheren Spitze geduscht wird und in mehreren Gebäuden geht mit einer hohen Wahrscheinlichkeit gegen sieben Uhr die Trinkwassererwärmung an. Diese Glättung geht dadurch, dass wir entsprechende Wärmespeicher einsetzen, aber auch über die Prognosen, die das Energiemanagement macht und über ein entsprechendes Hochfahren der Erzeuger, schon bevor die Lastspitze eintritt. Das Ganze schaffen wir, indem wir die entsprechenden Kennzahlen haben, also historische Kennzahlen, die wir ermitteln, die wir dann auch mit ausgeben können. Aber diese Kennzahlen und diese historischen Daten helfen natürlich, die entsprechenden Prognosen für die Zukunft zu erstellen. Sehr gut ist es, wenn wir dann zu den Gebäuden eine entsprechende Datenkommunikation herstellen können. Wir machen das über einen Lone-Bus. Dazu muss entweder mit dem entsprechenden Gebäudenetz ein Kommunikationskabel, also Telefonkabel verlegt werden, was dann diesen Lone-Bus transportieren kann von den Hausübergabestationen zur Zentrale in diese Leittechnik-Supervisor. Dann können wir darüber noch eine Netzvorlaufoptimierung fahren und eine Netzpumpenoptimierung. Also wir können anhand der Ventilstellung in den dezentralen Hausübergabestationen den entsprechenden notwendigen Differenzdruck berechnen und die Netzpumpe entsprechend mit der nur notwendigen Druck fahren, was uns wieder eine Stromausparnis bei der Netzpumpe bringt. Und wir können in der Energiezentrale den Erzeugereinsatz generell optimieren, wobei wir dann schon in Richtung Energiemanagement und externe Schnittstelle an die Energiemanagerstrom von der PV-Anlage kommen. Also hier sprechen wir natürlich einmal die Erzeugereinsatzoptimierung in puncto der Außentemperaturen und in puncto der Energiepreise. Aber vor allen Dingen, wenn ich eigenen PV-Strom nutze, brauche ich die Schnittstelle zu meinem Energiemanagerstrom, die Prognose und dann die entsprechende Fahrweise meiner Wärmepumpen als Erzeugeroptimierung, wenn ich diesen PV-Strom habe. Ja, natürlich können wir in den Hausübergabestationen auch nach Heizkennlinien optimieren, nicht nur über das Wetter, sondern über die Raumtemperatur. Also wenn wir in mehreren Referenzräumen Raumsensoren setzen können, dann können wir über die Ist-Zustände der Raumtemperaturen nochmal die Heizkennlinie optimieren und damit den Verbrauch generell in den Gebäuden senken und auch die Netztemperaturen bei bestimmten Netzfällen auch noch optimieren können. Sie erinnern sich an die Low-X-Schaltung. Also wenn ich das Netz dann nur mit 45 oder 43 Grad betreiben muss, bringt das natürlich einen entsprechenden Vorteil. Und ich kann nochmal im Sommer in den Übergabestationen die Trinkwasserladung optimieren. Also es hat sich in der Praxis gezeigt, dass man im Sommer die Ladung langsamer realisieren kann, damit die Gesamtlast in dem Netz geringer ist und auch wieder die Erzeuger entsprechend optimiert werden können, also nicht so hoch in der Leistung für Gefahrt werden können. Also das sind auch Rückschlüsse, die ich aus den Ist-Zahlen aus meinen Gebäuden von den Übergabestationen nutzen kann. Wie sieht das Ganze dann aus? Hier ist mal nur eine Visualisierungsansicht von einer Energiezentrale mit Wärmepumpen, Wärmespeichern, hier unten entsprechende Netzpumpe etc. Hier sehen Sie die Visualisierung einer Hausübergabestation. Das heißt, wir haben hier einen indirekten Wärmenetzanschluss mit in diesem Fall zwei Heizkreisen, statische Heizung, Fußbodenheizung und einem Trinkwasser-Wärme- und Speichern-Ladesystem, wo wir sämtliche Ist-Werte sehen, wo wir dann auch entsprechende Meldungen übertragen bekommen, Pumpe-Defekt oder Ist-Wert, Soll-Wert in einer bestimmten Zeit nicht erreicht oder ähnliches. Diese Meldungen dann in die Leittechnik überspielt werden. Dort wiederum gibt es die Möglichkeit, diese Meldungen bestimmten Nutzern zukommen zu lassen. Also das erleichtert den Betrieb dieses Gebäudenetzes enorm. Und hier haben wir dann die Übersicht aller Stationen, die an so einem Gebäudenetz angeschlossen sind, mit den entsprechenden Kennzahlen. Oder sogar, es ist jetzt hier kein Gebäudenetz, sondern Wärmenetz, aber es sieht dann so ähnlich aus, die Übersicht meiner entsprechenden Gebäude in meinem Quartier. Und ich sehe hier über die Farben, kann ich schon sehen, bestimmte Werte, Kennzahlenwerte, die diese Hausübergabestationen bzw. diese Gebäude haben. Also das ist dann auch möglich, das Ganze auf Wunsch des Betreibers in einem gewissen Rahmen zu customisen, das System anzupassen, wie möchte der gerne, dass der Betreiber. Es ist auch möglich, dieses System in eine Cloud zu bringen. Der Betreiber kann dann also in der Cloud mehrere Gebäudenetze darüber betreiben. Das heißt, wir haben ein Supervisor-System, was dann für den Betreiber mehrere Gebäudenetze in verschiedenen Orten visualisieren kann, den Betrieb erleichtern kann und dieses Energiemanagement übernimmt. Ja, wenn Sie so ein Gebäudenetz planen, dann gibt es eine Menge zu beachten und dafür gibt es hier die Rolle des Ingenieurbüros und diese verschiedenen Phasen der HAUI. Und ich möchte hier nur ein paar Türen öffnen und habe keine Antworten. Weil wir sind ein Hersteller, wir unterstützen die Ingenieurbüros, die haben die Produkte gesehen, die wir als Lösung in so ein Gebäudennetz einbringen können. Aber es gibt natürlich eine gewisse Expertise, die die Ingenieurbüros haben, wo sie ihre Erfahrungen haben. Und da steht mal ganz oben als allererstes das Baurecht. Und wir befinden uns in Deutschland. Wir haben im Baurecht gewisse Spezifitäten in den Bundesländern, im Landesrecht, Abstandsflächen etc. habe ich nur mal hingeschrieben. Wir haben das Thema Dienstbarkeiten, Querung von Wegen. Sie wissen, dass ganz am Anfang war die Stromkundenanlage über Wege nicht erlaubt. Mittlerweile ist das erlaubt. Also es geht auch beim Gebäudenetz einiges. Aber entsprechend müssen dann die entsprechenden Themen geklärt werden mit den zuständigen Behörden. Wir haben das Thema Versorger, Betreiber. Das heißt, die Wohnungswirtschaft kann natürlich selbst Betreiber sein. Sie kann aber auch sagen, den Betrieb vergebe ich an Dritte, weil bei meinem normalen Gebäude bin ich zwar offizieller Betreiber mit einem Hausmeister, aber wenn irgendwas ist, rufe ich den Installateur an, der den Wartungsvertrag hat. Und der kümmert sich. Und genauso muss man hier entscheiden, wer wird denn wirklich den Betrieb durchführen. Und entscheidend ist natürlich die Frage der Energieträger. Also welche Wärmequellen sind denn überhaupt in der Region nutzbar, wo ich meinen Gebäudekomplex habe? Das ist ja eh die entscheidende Frage der Zukunft. Und hier ist es so, dass wir ja mit der kommunalen Wärmeplanung dort ein paar Antworten bekommen werden. Aber wenn wir die Antworten haben, dann sich eventuell diese Handlungsoptionen ergeben. Sprich, ich habe Potenzial an Biomasse. Ich habe Gebäude mit einer schlechten Gebäudeenergieeffizienzklasse, will also hohe Vorlauftemperaturen fahren, habe aber nicht den Anschlussmöglichkeit an ein Wärmenetz. Dann wäre zum Beispiel diese Energiezentrale mit Biomasseinterruption. Oder ich habe keinen Anschluss an ein Wärmenetz, habe Gebäude mit einer Gebäudeenergieeffizienzklasse, die ich problemlos mit 50 Grad Vorlauftemperaturen betreiben kann. Aber ich habe nirgends die Möglichkeit, die vielen Wärmepumpen aufzustellen. Und ich habe auch nicht den Platz in den Kellern. Also wäre hier die Option, das Gebäudenetz mit einer Wärmepumpenlösung als Low-Exit zu realisieren und dann entsprechend einen Platz zu finden, wo ich diese Lösung mit meinen zusätzlichen Gebäuden aufstellen kann. Also das ist hier ganz am Anfang der Planungsphase natürlich mit das Wichtigste. Ich habe die Abgassysteme zu beachten, die Emissionsschutzgeschichten. Ich habe das Thema Brandschutz natürlich gerade beim Thema Biomasse zu berücksichtigen. Oder auch, wenn ich meine ganzen Gaskessel etc. alles einsetze. Ich habe als Versorger, also hier oben ganz oben Versorger, ist ja in der Regel der Eigentümer, also nicht durch Dritte. Ich kann aber den Betrieb an Dritte weitergeben, habe ich natürlich meine Versorgungssicherheit zu realisieren. Wie mache ich das? Hier ist das Thema Fernzugriff aus meiner Sicht der entscheidende Punkt. Ohne den wird es in der Zukunft nicht mehr gehen, diese Versorgungssicherheit zu realisieren. Und ich habe natürlich das Thema Wartung. Ja, jetzt möchte ich noch ganz kurz auf das ganz große Thema Sektorenkopplung eingehen. Das heißt, Sektorenkopplung in den verschiedenen Varianten, in den verschiedenen Ausprägungen. Und je nachdem, mit wem man spricht, bekommt man ja zum Thema Sektorenkopplung, Verbindung also zwischen Strom und Wärme, die unterschiedlichsten Antworten. Spreche ich mit den Installateuren von PV-Anlagen auf Eigenheim, ist natürlich für die das Thema Sektorenkopplung im Gebäude ganz unten im Ein- und Zweifamilienhaus schon entscheidend. Das heißt, bei diesen Herstellern oder die, die diese Systeme präferieren, die sagen, ja, also wenn meine PV-Anlage läuft, muss ich natürlich meine Wärmepumpe laufen lassen, muss ich meine Ladesäule anschalten für meine E-Mobilität etc. Und das Ganze kann ich optimieren. Ja, wie es 1,5 Grad zum Beispiel aktuell vormacht. Vielleicht noch ein Stromspeichersystem. Spreche ich mit jemand, der ein Stadtwerk hat mit einem Niederspannungsstromnetz, dann sagt er natürlich, ja, die Sektorenkopplung findet auf der Niederspannungsebene statt. Hier kann ich positive und negative Regelenergie einbringen und entsprechend ist es möglich, mein Netz stabil zu halten und ich kann es auch schaffen, die PV-Anlagen durchlaufen zu lassen, selbst wenn ich den Strom nicht in das Mittelspannungsnetz übertragen bekomme. Und spreche ich mit den Leuten vom Mittelspannungsnetz, sagen die natürlich, ja, die ganz große Sektorenkopplung findet natürlich bei uns statt. Das ist alles klein klein, was sie da machen. Und das bringt die großen Lasten, die wir hier hin und her schieben, in die Übertragungsnetze nicht ausgeglichen. Wir müssen hier einen ganz großen Stil denken. Das macht zum Beispiel demnächst die LEAG mit ihrem Wasserstoffkraftwerk in schwarze Pumpe. Die Wahrheit wird sicherlich in der Mitte liegen. Aus meiner persönlichen Sicht ist es natürlich sinnvoll, in dem ein- und zweifeligen Haus bei der eigenen PV-Anlage das Thema zu denken. Aber gerade diese Gebäudenetz-Ebene mit Metastrommodell bis 100 WE mit einem Wärmenetz hat ein sehr großes Potenzial und aus meiner zweiten Sicht hat das ganz große Potenzial. Das Stadtwerk mit dem Stromniederspannungsnetz und mit dem Wärmenetz Energieträger Fernwärme. Und das ist ja einer der Gründe, warum wir mehr Wärmenetze dazu brauchen wollen. Nur mit diesen Wärmenetzen kann die entsprechende Sektorenkopplung sehr gut realisiert werden. Bei den Gebäudenetzen ist es häufig so, wir haben PV-Anlagen. Der Gebäudeeigentümer sagt, ich miete das Strommodell, alles zu kompliziert. Ich mache mit meinen PV-Anlagen Power-to-Heat über eine Wärmepumpe und eventuell eine zusätzliche Direktstromnutzung, also ein Elektrokessel. Das hatte ich kurz bei der monovalenten Anlage vorgestellt. Also hier gibt es im Prinzip nur eine Eigenstromoptimierung. Also die Erzeugung muss sozusagen dann stattfinden, wenn ich den PV-Strom habe und ist entkoppelt von meinem eigentlichen Verbrauch. Dann habe ich natürlich die Möglichkeiten, eine PV-Anlage mit einer Wärmepumpe und einem Mieterstrommodell zu realisieren. Hier wird es schon ein bisschen komplexer, das Mieterstrommodell alleine aufzubauen. Jetzt ist wieder die Frage, wer ist Betreiber dieses Mieterstrommodells, wer ist Betreiber der Wärmepumpe? Ich hatte erst das Thema Energiemanager angesprochen, zeige Ihnen dann noch eine Folie dazu. Jetzt kann ich natürlich eine Eigenstromoptimierung machen für Verbrauch und Erzeugung. Das heißt, im Mieterstrommodell folge ich natürlich dem Verbrauch. Jetzt wäre es wichtig, eine Verbrauchskurve zu haben. Habe ich hier ein Gebäude, wo sehr viele Menschen auch mittags kochen, dann habe ich mittags meistens dann doch eine Schwurmspitze oder habe ich das nicht und dann nutze ich natürlich, weil der Verbrauch des Stromes geringer ist, die Eigenstromoptimierung über die Wärmepumpe. Und dann habe ich die Variante, die ich Ihnen vorgestellt hatte, die natürlich die komplexeste ist. Ich habe eine PV-Anlage, ich nutze mit Power-to-Heat in der Wärmepumpe diesen Strom, habe zusätzlich das Mieterstrommodell, kann jetzt aber in der sogenannten Dunkelflaute mit der KWK Strom erzeugen. Diesen Strom kann ich dann in einem eigenen Mieterstrommodell nutzen. Und ich habe in diesem Moment die Abwärme als Wärmequelle für mein Gebäudenetz, weil in dem Fall ja sowieso die Wärmepumpe nicht ausfällt, aber nicht mit Eigenstrom genutzt werden kann. Und das zeigen halt die Erfahrungen, dass diese PV-Anlagen oder diese Stromerzeugung ja fast nicht wahrgenau auf dem Punkt vorhanden ist, so wie ich sie benötige, sondern ich habe entweder zu viel Strom, dann ist das, was ich mit der Wärmepumpe erzeuge, mehr als ausreichend, oder ich habe zu wenig Strom für das Mieterstrommodell, dann muss ich das BRKW betreiben und dann habe ich die Abwärme für mein Gebäudenetz. Das ist aus meiner Sicht ein wahnsinnig gutes Modell, was natürlich in der Planung sehr komplex ist und jetzt natürlich dazu führt, dass die Planung der Wärme und der Elektroleute sehr gut Hand in Hand gehen müssen. Hier habe ich natürlich eine wahnsinnig hohe Stromoptimierung, sowohl von Verbrauch und Erzeugung, wie ich es Ihnen gerade geschildert hatte. Ja, hier mal nur kurz zur Auffrischung. Bestimmt schon häufig gesehen eine Verschaltung des Mieterstrommodells mit der PV-Anlage. Ich habe hier auch die Quelle dargestellt. Polarstern ist eine der Unternehmungen, die das wirklich sehr, sehr lange machen. Wir haben solche Anlagen auch schon mit Naturstrom realisiert, also wir als Partner, so eine mit einem BRKW zum Beispiel. Und was ich nur aus der Praxis sagen kann, die Welt der Fernwärme ist ja sehr bunt, weil wir sehr viele Fernwärmeversorger in Deutschland haben, die eine eigene THB haben. Sie werden in der Zusammenarbeit beim Thema Mieterstrom und Wärmepunkten merken, dass die Welt der Stromnetze, der Niederspannungsnetze noch bunter ist und dass die Betreiber in ihren THBs auch keine hundertprozentige Einheitlichkeit in Deutschland haben. Aber wir haben ja alles schon erlebt, Mieterstrommodell und Wärmepumpe geht nicht, entweder eins oder das andere oder es ist kein Problem. Und der virtuelle Summzähler geht, der geht nicht. Also die Tür muss beantwortet werden, wenn ich diese komplexe Lösung, die ich Ihnen gerade gezeigt hatte, realisiert werden soll mit Profis von der Stromseite. Die müssen dort an Bord sein. Wir sind die Profis von der Wärmeseite. Wir wissen, wie ein BRKW funktioniert. Wir können ein BRKW realisieren, aber der Aufbau dieses Mieterstrommodells, des Stromnetzes, dazu ist natürlich dann das entsprechende Ingenieurbüro notwendig von der Stromseite. Ja, und die vierte Variante als wirklich komplexes System im Energiemanagement mal dargestellt. PV, was ich Ihnen schon erklärt hatte. Und jetzt kommen noch die berühmten E-Ladesäulen hinzu. Und jetzt habe ich noch einen Stromspeicher und oder einen Wärmespeicher und das alles muss ich im Energiemanager managen. Und hier wird es aus meiner Sicht sehr komplex und das macht in der Regel nicht ein Energiemanager, sondern ich muss ja jetzt den Verbraucherzeugung und Speicherung optimieren, muss Prognosen haben von der Wärme, von der Stromseite. Und das Ganze dann entsprechend als Systemlösung, Gebäudenetz, nämlich ich habe die Energiezentrale mit dem Wärmeerzeuger, eventuell Stromerzeuger, PV mit den Speichern. Ich bringe in meine Netze, also in das Gebäudenetz Wärme, in das Gebäudenetz Strom, das sogenannte Stromkundenanlage, meine Energie. Die Kunden nutzen diese Geschichte aus dem Gebäudenetz, Wärme, Haus, Übergabestation, Heizung, Trinkwasser. Und diese Istwerte werden jetzt an das Energiemanagement gemeldet. Und hier haben wir verschiedene Energiemanager, die dann das realisieren. Dort kommt eine Wetterprognose rein. Die Wetterprognose beeinflusst die Fahrweise. Der Energiemanager meldet die Sollwerte an die Energiezentrale, die entsprechend neu betrieben werden muss. Und jetzt gibt es aber noch Prognosen vom Energiemanager der PV-Anlage und Ähnliches. Und das System ist dann wirklich nicht zu unterschätzen. Es ist realisierbar. Es ist umsetzbar. Wir haben solche Systeme mit Wärmenetzen schon gemacht. Unter anderem mit unserem Partner G.B.Joule. In Großbühlen ein Wärmenetz, Nutzung von überschüssigen Strom aus einer Windkraftanlage, sowohl für Power-to-geht mit Wärme-Kummen, als auch parallel. In dem Fall sind es keine Ladesäulen, sondern da wird ein Elektro-Reserve betrieben. Also die Abstimmung, wann welcher Erzeuger gefahren wird. Es ist möglich, aber sehr komplex. Und deshalb berate ich die Kunden immer so, erstens, wenn wir in solche, wir nennen es jetzt mal Quartiersmanager-Systeme gehen, also wenn ich mein Gebäudennetz aufbaue, wichtig ist es, dass man offene Systeme hat. Dass sozusagen jeder seine Daten dem anderen zur Verfügung stellt und mit offenen Systemen arbeitet. Dann ist es aus meiner Sicht wichtig, dass man eine Mehrstufigkeit reinbringt. Die Mehrstufigkeit, so wie der Verbrauch ist, also von der Wohnungsweisen- oder Raumweisen-Regelung zur Gebäuderegelung hin zur Quartiersregelung, der Wärmeerzeugung, Prognose geführt, also für das Gebäudennetz. Und hier kommt ja jetzt, bei der Sektorenkopplung, kommt ja jetzt die ansteuerbaren Flexibilitäten zu nutzen. Also erzeugerführenden Verbrauch. Flexibilitäten rein beim Strom zu nutzen, Flexibilitäten bei der Sektorenkopplung zu nutzen. Und jetzt muss man sich für dieses eine Objekt, für dieses eine Quartier oder Netz, eine Matrix aufbauen. Welche Flexibilitäten habe ich? Wie ist mein Last? Wie soll der ganze Betrieb erfolgen? Was bei uns historisch sich immer bewertet, ist der Grundsatz Verbrauch vor Speicherung. Also immer erst erzeugte Energie verbrauchen und danach erst speichern. Zu gut Deutsch, Verbrauch zum Beispiel von überschüssigem Strom mit einer Wärmepumpe, solange ich Wärme benötige, ist immer besser, als erst in einen Stromspeicher zu geben und dann aus dem Stromspeicher die Wärmepumpe drei Stunden später zu bedienen. Also Verbrauch vor Speicherung ist ein Grundsatz, der sich bei uns bewährt hat. Und dann danach zu entscheiden, wann habe ich wirklich diese Entkopplung, Verbrauch und Erzeugung und wie groß müssen meine Speicher sein? Und hier gibt es dann natürlich eine entscheidende Frage, ist es dann besser, einen größeren Wärmespeicher zu realisieren oder ist es besser, einen größeren Stromspeicher zu realisieren? Und diese Frage wird sich schon wieder unterschiedlich beantworten, ob ich mit E-Ladesäulen arbeite oder nicht, ob ich ein Mieterstrommodell habe, ja oder nein, etc. Und damit komme ich in die Komplexität dieser Entscheidungsmatrix. Aber das Gebäudenetz ist die Grundlage, um überhaupt in solche Entscheidungen zu kommen, um diese Sektorenkopplung realisieren zu können, um diesen Nutzen daraus realisieren zu können. Ja, wenn wir denn so ein Gebäudenetz jetzt geplant haben und realisiert haben, geht es natürlich zur Inbetriebnahme. Und bei der Inbetriebnahme, ich hatte es angesprochen, reicht es, wenn wir dieses Gebäudenetz mit VDI 2035 Wasser nach der Spülung befüllen, wenn wir den hydraulischen Abgleich machen. Jetzt kommt natürlich die Frage, wie machen wir denn den hydraulischen Abgleich des Gebäudenetzes? Sie haben gesehen, dass wir sowohl bei den direkten Hausübergabestationen als auch bei den indirekten Hausübergabestationen sogenannte Differenzdruckregler, Volumenstromregler oder Volumenstromregler kombiniert mit den elektrischen Regelventil einsetzen. Diese in der Fernwärme genannten Volumenstromregler sind nichts weiter als dynamische Strangregulierventile. Also das, was wir jetzt, um einen guten hydraulischen Abgleich zu machen, in die Gebäude bringen, diesen sogenannten dynamischen Regulierventile anstatt den statischen, das ist in der Fernwärme im Abgleich von Wärmenetzen seit über 30 Jahren Stand der Technik. Das heißt, wir bauen Ihnen einen Differenzdruckregler, Volumenstromregler ein. Wir wissen, diese Hausübergabestationen benötigt im Auslegungsfall maximal 1,6 Kubikmeter die Stunde. Diese 1,6 Kubikmeter die Stunde werden eingestellt. Und egal, wie hoch der Differenzdruck ist, die werden maximal an diesen Anschluss abgenommen. Und damit haben wir das Netz relativ schnell, relativ einfach hydraulisch abgeglichen. und dann, wie ich es Ihnen eingangs gesagt hatte, kann die Netzpumpe einreguliert werden auf die berechneten Werte. Und wenn wir dann die Leittechnik-Supervisor nutzen, dann kann die Netzpumpe noch optimiert betrieben werden. Elektrische Betriebnahme, auch alles so, wie wir es kennen. Ich möchte nur noch mal hier auf diesen Punkt Potenzialausgleich hinweisen. Der Potenzialausgleich wird ja häufig unterschätzt. Und jetzt hatte ich ja gesagt, ich empfehle Ihnen, wenn Sie im Erdreich verlegtes Rohr verwenden, reicht PEXFOR aus. Der eine oder andere wird jetzt sagen, na ja, wozu ist das notwendig? Das ist ja PEXFOR, da passiert ja eh nichts. Also es gibt in Kunststoffen die gleichen Korrosionsarten wie im Stahl. Und je besser der Potenzialausgleich gemacht ist, umso geringer ist die Korrosion. Und deshalb ist es auch hier ganz wichtig, nicht nur wie bei Fernwärmenetzen, direkt am Eintritt, wo das Wärmenetz, die Hausanschlussleitung ins Gebäude enttritt, den Potenzialausgleich zu setzen, ist es hier auch bei diesen Gebäudenetzen notwendig. Entsprechend zu berechnen, den Potenzialausgleich zu setzen und dann haben Sie im Betrieb wenig Korrosion, Sie haben lange Lebenszyklen, also Sie haben große Freude mit Ihrer Anlage. Der Rest ist ähnlich, wie ich es auch schon bei den Wärmeübergabestationen beschrieben habe, die Installation. Und wenn wir jetzt hier einen Fernzugriff machen, dann hatte ich Ihnen ja gesagt, dann bevorzugt würden wir ein Kommunikationskabel verlegen, das heißt, wir haben dann von den Hausübergabestationen ein Kommunikationskabel zu der Zentrale und von dort in Fernzugriff. Die Alternative wäre auch, dass wir in jedes Gebäude einen Internetanschluss haben und quasi über das Internet dann die entsprechenden Zugriffe aus der Hausübergabestation haben, dann geht das Ganze die Verbindung der Leittechnik- Supervisor auch ohne Kommunikationskabel, aus welchen Gründen auch immer, das manchmal nicht notwendig ist. Ja, der Betrieb der ganzen Netze ist ein Betrieb wie eine normale Heizungsanlage, aber wenn wir Ihnen die Leittechnik-Supervisor dazu installieren, dann haben Sie natürlich ein Monitoring, Sie können monatlich das Ganze analysieren. Sie haben dann natürlich die Wärmezählerdaten, die Sie ja für die Heizkostenabrechnung, für die monatliche Analyse benötigen, haben Sie dann da und Sie haben, was ich ausführlich beschrieben habe, ein Energiemanagementsystem, dann, was Sie auch im Monitoring betreiben können. Die Betriebsoptimierung hatte ich Ihnen auch vorgestellt, die dann realisiert werden kann und die entsprechenden Vorteile, die das Ganze entsprechend für die Betriebskosten dann bringt. Wartung sind wir jetzt im Grunde genommen bei genau den gleichen Wartungen, die wir bei normalen Fernwärmeübergabestationen haben, hier die Ausübergabestationen und wenn wir in den Zentralen sind, haben wir die gleichen Wartungsarbeiten, wie wenn wir die zentralen Gaskessel im Gebäude einsetzen, eine Wärmepumpe im Gebäude einsetzen oder ein Hackgutkessel und hier gibt es natürlich wesentliche Unterschiede. Es ist jedem klar, dass eine Biomasseanlage höhere Wartungskosten hat, auch ein BRKW hat wesentlich höhere Wartungskosten als eine klassische Kesselanlage oder als eine Wärmepummanlage, aber vor allen Dingen als auch der normale Anschluss an ein Fernwärmen der von der Wartung her immer am günstigsten ist, weil er am wenigsten Verschleißteile hat. Aber das ist ja am Ende die Betrachtung, die Entscheidung, die Sie gemeinsam mit dem Ingenieurbüro tätigen, welche Lösung ist für Sie in diesem Gebäudekomplex am besten und für was entscheiden Sie sich. Ich habe ja heute hier einige Handlungsoptionen aufgemacht, Lösungsansätze dargestellt, die möglich sind. Ja, wenn Sie dann das Ganze betreiben, gibt es natürlich einen Hersteller-Support, das kennen Sie, über den Fernzugriff und diese Folien können Sie von mir auch schon von der ganzen Geschichte Fernwärmeübergabestation wenn wir natürlich die Leittechnik Supervisor installieren, dann kommen wir von einem reaktiven Service zu einem proaktiven Service. Wir können Ihnen direkt im Support, im telefonischen Support über den Fernzugriff können wir Ihnen Unterstützung geben, wir können Optimierung machen, wir können Ihnen Garantiepakete inklusive Wartungsvertrag anbieten, das ist dann möglich und deshalb sage ich, ich glaube wenn die Wohnungswirtschaft Betreiber dieser Gebäudennetze ist, dann ist einer der entscheidenden Schlüssel, dass diese Leittechnik, diese übergeordnete Leittechnik nicht nur für das Energiemanagement, sondern auch für den Betrieb und diesen proaktiven Service eingesetzt werden kann, der Schlüssel, um das Ganze erfolgreich nicht nur umzusetzen, sondern vor allen Dingen erfolgreich über mehrere Jahre zu betreiben, also in den Lebenszyklus, wie wir das ganze Netz und wie wir die Komponenten ausgelegt haben. Ja, jetzt habe ich Ihnen eine Menge zu den Themen gesagt, habe die viele Türen geöffnet zum Thema Erzeugung, das Netz, Netzaufbau selber, dann auch das Thema Sektorenkopplung angeschnitten und bin an der Stelle erst mal soweit und bin gespannt, ob es Fragen gibt. Hier hat sich gerade jemand gemeldet. Tschunk ist mein Name, hallo. BHKW im Mieterstrommodell, das geht? Ja, das ging schon immer. Das wurde auch mal unter anderem von Polarstern ausgerechnet, hat sich früher mit den damaligen Gas- und Strompreisen vor fünf Jahren so ungefähr ab 50, 60 Wohneinheiten gerechnet. Wurde in der Praxis aber fast nie realisiert, es wurde fast immer realisiert mit PV-Anlagen. Das, was ich Ihnen vorgestellt habe, das finden Sie sofort im Internet, Berlin Meckernkiez hat Naturstrom gemacht, das sind vier Kundenanlagen, eine Kundenanlage ist BHKW, drei Kundenanlagen sind PV- Kundenanlagen Strom und diese BHKW- Kundenanlage Widerstrommodell versorgt, dann noch über ein Wärmenetz das komplette Quartier mit der Wärmeleitung. Gut. Okay, dann würden wir direkt den nächsten freischalten. Wir haben hier die nächste Frage Reiben bekommen. Also, wenn Fragen sind, dann einfach gerne die Hand her. Ja, hallo, Großhöll mein Name. Ich hätte eine Frage, wie schaut das denn aus? Gibt es denn Erfahrungen im monovalenten Wärmepumpenbetrieb mit Wohnungsstationen, mit Trinkwasserbereitung? Ja, das ist ein guter Hinweis. Das ist das, was ich eingangs gesagt hatte. Wohnungsstationen sind ja dezentrale Trinkwasserwärm, die ich nach VDI, wenn ich unter der 3-Liter-Regel bleibe, mit 50 Grad Trinkwarmwasser betreiben kann. Und um diese 50 Grad Trinkwarmwasser zu realisieren, brauche ich ja ungefähr 55 Grad Heizwasser. Also es gibt entsprechende Wohnungsstationen, die sehr gut sind. Und ich weiß auch, dass es Wohnungswirtschaften gibt, die dann sagen, naja, dann machen wir jetzt 45 Grad Trinkwarmwasser und 50 Grad Heizwasser. Und diese Wärmepumpenanlagen gibt es, funktionieren hervorragend. Und wenn ich jetzt den COP noch weiter verbessern will, dann gehe ich noch weiter mit der Heiztemperatur nach unten und dann gibt es Wohnungsstationen, die einen elektrischen Durchlauferhezer als Nacherwärme haben. Das heißt, ich habe in der Wohnungsstation eine erste Stufe Trinkwassererwärmung. Ich gehe jetzt mal 45 Grad Netztemperatur raus, dann wird mit 45 Grad 40 Grad Trinkwarmwasser realisiert und die letzten 10 Kelvin werden über einen elektrischen Durchlaufer zerreden. Die haben früher, die Firma Kamo hatte das als erstes im Programm. Ich glaube, jetzt hat es auch Strava, also gibt es sehr viele Hersteller, die das realisieren. Mit diesem dezentralen Trinkwasserwärmung im Durchfluss in die Wohnungsstation finde ich technisch eine super Lösung. Bringe ich nur den Hinweis, weil ich bin ja heute nicht wirklich auf Wirtschaftlichkeit eingegangen. Dass alles, was wir da machen, ein bisschen teurer wird in der Zukunft, wissen wir. Ist halt so, dass ich jetzt, wenn ich in jede Wohnung so eine Station setze, von den Investitionskosten ein bisschen teurer bin, als ein zentraler Trinkwasserwärmer, auch inklusive im Neubau der Warmwasser- und Zirkulationsleitung. Aber was viele unterschätzen, ist, dass ich ja im Betrieb diese jährliche Wartung in den Wohnungen machen muss. Eine Wartung in einer Wohnung zu realisieren, ist immer eine ganz andere Herausforderung, als eine Wartung in einem vorhandenen Heizraum mit den Zentralschlüssen zu realisieren. Aber super technische Lösung und wird auch umgesetzt. Und dafür Netze, Loex-Netze aufbauen, ist ein sehr guter Ansatz. Ah, okay, Dankeschön. Ich glaube, das war es dann erstmal an Fragen. Zumindest hat sich bisher niemand gemeldet. Dankeschön. Dann von meiner Seite hier noch der Hinweis. Sie bekommen das dann ja im Anschluss die Unterlagen. Hier ist nochmal der Hinweis. Die letzten Webinare zum Thema Wärmeübergabestationen, Energieträger, Fernwärme, Fernwärmenetze finden Sie hier in unserem YouTube-Kanal. Wir mittlerweile haben wir einen YouTube-Kanal für unsere Montageanleitung. Und generell, ich habe sie am Anfang ein bisschen mit diesen Begriffen und wir kommen ja alle ein bisschen durcheinander, kalte Nahwärme und dieses und jenes, was ist jetzt was. Hier ist ein Hinweis, hat ihr am Anfang das von der AGV auf unserer Fachbegriffe Glosar auf unserer Webseite. Und dann bleibt mir nichts weiter, als Ihnen Dankeschön zu sagen, Ihnen noch einen erfolgreichen Tag zu wünschen und ich freue mich sehr, wenn hier ein paar interessante Hinweise waren und wenn Sie solche Lösungen in Zukunft planen, auf unseren Außendienst zutreten oder direkt bei uns ins Werk und wir gemeinsam solche interessanten Projekte umsetzen können. Also von meiner Seite Dankeschön und haben Sie einen schönen Tag. Tschüss. und 喝 ethics Rodrigo l therapist l 각 þ Twice mä gl